14. und letztes Kapitel. Der Grünkohl. Davon werden wir richtig satt auf dem Land und können noch mehr Alkohol vertragen. Juhu! Ja, Laufen! Moin! Jetzt erzähle ich euch mal, wie man halbwegs, ich sag mal wirklich halbwegs, nüchtern aus einer Grünkohlverköstigung rauskommt. Das Problem ist nämlich, dass die ganze Klamotte verkehrt rumläuft. An sich war das folgendermaßen gedacht. Man knallt sich die Rüstung voll mit der grünen Pampe plus Schweinkram und Kartoffeln und wenn der Ball nicht voll ist, kippt man einen Doppelkorn obendrauf. Der frisst sich durch den ganzen Modder im Magen nach unten und reißt am Magenausgang den Schließmuskel auf, damit der Grünkohl und seine fetten Freunde eine Etage tiefer sacken können. Wenn's klappt, ist das Völlegefühl verschwunden, man kann ab dem Zeitpunkt aus Spaß weitersaufen. Um nicht mehr aus medizinischen Gründen. Irgendwann kam aber mal jemand auf die Idee mit den Kohlwanderungen und da wird der Korn schon vor dem Fressgelager eingeatmet. Er trifft somit auf einen komplett unvorbereiteten Mageninhalt und richtet dort entsprechendes Unheil an oder rast gleich über die Blutbahn mitten in den Prägen rein. Wenn du Pech hast, bist du also bevor das Grünkohlessen überhaupt anfängt schon so hackebreit, dass gar nichts mehr geht. Schuld überhaupt nicht rein bei dir in dein System. Wie kann man dieses Unheil vermeiden? Am besten natürlich sich vor einer Grünkohlwanderung rumdrücken. Wenn das nicht geht, gibt's bloß eine Lösung. Der doppelte Kohl. Also vor der Wanderung schon Kohl und Würste weghauen, damit man eine Grundlage hat für den vielen Schnaps unterwegs. Schön und gut, sagst du. Aber dann hab ich ja gar keinen Schmacht mehr abends bei dem eigentlichen Gelage. Ja, wer sagt denn, dass du Mahlzeit Nummer eins bei dich behalten sollst? Die wird schön unterwegs heimlich hochgehustet. Und das Beste, der Schabau kommt auf der Trägerrakete des Grünkohls wieder mit an die Luft. Auf diese Weise betrittst du mit einem komplett runderneuerten Magen die Gaststätte, hast Schmacht wie ein Illtis vorm Rattenloch und stehst sogar dem hochprozentigen Alkohol wieder aufgeschlossen gegenüber. Bevor es jetzt an das große Fressen geht in der Kneipe, noch ein Tipp für den Profi. Zuerst auf ein Lokus verschwinden und die Manschetten von Hemd und Jacke ins eiskalte Wasser stippen, erst dann in den Gastraum latschen. So bleibt dein Puls schön gekühlt und die stickige Hitze haut dir nicht gleich den Kreislauf aus dem Gebelg. Wie aber kann man die mörderische Fresserei überhaupt überleben, ohne dass ein der Pansen explodiert? Wieso, sagst du? Ich weiß, wie man viel frisst, musst du mir nicht erzählen. Sicher, aber Grünkohl fressen verhält sich zur normalen Völlerei wie ein Atomschlag zu konventionellen Krieg. Und das liegt an den Bestandteilen. Zwiebeln und Kohl bilden Gärgase, Kartoffeln und fette Blockenwurst verstopfen den Ausgang. Während sich also in der Wampe eine Hexenküche aus Giftgasen zusammenbrodelt, liegt die Pinkelwurst quer vor der Ausfahrt. Es kommt also entweder zu Mitnahmeeffekten aus Feststoffen beim Austritt der Giftgase oder diese suchen sich einen Weg aus der oberen Luke. Hauptsache, sie finden irgendeinen Ausgang, sonst fliegt dir das eigene Unterhemd um die Ohren. Was kann man dagegen also unternehmen? Weniger in sich reinschaufeln? Ja, witzig. Wer beim Grünkohlessen nicht viermal so viel frisst wie eine schlagreife Muttersau, der wird schräg angeglotzt. Du musst also in jedem Fall rechtzeitig ein Gegenfeuer legen in deinem Magen- und Darmtrakt, damit dir die Maschine nicht auseinanderfliegt. Der Kenner schaufelt sich deshalb ordentlich Bullrichsalz oder Kaisernatron in die Rüstung. Das neutralisiert die Säure im Baich. Ganz Ausgefuchste haben kleine Hunde dabei unter den Tisch oder in der Jackentasche, die einem bei der Reduktion der Mahlzeit helfen können. Wenn der Nachbar schon etwas hack ist, kann man ihn auch den ein oder anderen Riemen dezent rüberschieben. Im Endeffekt läuft es aber trotzdem darauf hinaus, dass man große Teile der Speise im eigenen Kadaver entlager muss. Ein Korn zur rechten Zeit pustet da zwischendurch auch schon mal die Leitung frei. Bier hilft wenig, das bläht die Wampe bloß noch mehr auf. Wenn gar nichts mehr geht, dann bleibt nur noch die Notversorgung. Leute vom Lande kennen das Verfahren noch von den Rindern, die zu viel jungen Klee gefressen haben. Spitzen Schraubenzieher zwischen die Rippen durchgewemst, damit die Gase aus dem Pansen abblasen können. Saufen und Fressen haben wir bisher durchgenommen in unseren kleinen Leerfaden zum Überleben bei einer Grünkohl-Party. Wir sind also halbwegs angeflutet, können vor dicker Wampe nicht mehr stehen und haben womöglich auch schon etwas von den Leckereien vor der Tür wieder hochgeprustet. Nun geht es also darum, wie wir den Rest der Zeit überstehen, ohne uns allzu doll zu blamieren. Erste Regel, nicht lang auf die Fresse fliegen. Das macht unschöne Flecken auf die Fliesen und das Martinshorn vom Rettungswagen passt musikalisch nicht zur schrappigen Kombo auf der Bühne im Saal. Falls das Grünkohl-Essen ohne Musik ist, muss man da weniger Rücksicht nehmen. Trotzdem empfiehlt es sich immer schön an der Wand lang zum Lokoschreiten oder gleich Omas Rollator mitnehmen. Blamieren kann man sie doch nicht bloß durch Platzwunden und Schädelbrüche. Auch wenn man seinen Geschlechtstrieb nicht im Griff hat, führt das meist zu Dingen, die man später bereut. Nun gehören Grünkohl und auch an sich das Räucherende nicht gerade zu den lebensgeisterweckenden Speisen. Aber wer weiß, vielleicht stimuliert die Form der Kohlwurst doch den ein oder anderen schweren Hütter dazu, im Schutze des Doppelkorts oder den Tisch mal anzugreifen. Ich sage es ganz deutlich, rumgefummelt wird nicht. Da verlierst du ganz schnell die Kontrolle und außerdem bietet sich ein voller Magen sowieso nicht für weiterreichende Tändeleien an. Das Vorspiel wäre somit ohnehin in den Wind gefummelt. Wer seiner eigenen glibberigen Pfoten nicht traut, sollte sich alleine an den Tisch setzen oder, falls von dort keine Gefahr droht, gegenüber von gleichgeschlechtlichen Teilnehmern Platz nehmen. Dringend gewarnt werden muss in diesem Zusammenhang auch vor dem Tanzen. Hier lauern beide Gefahren des Blamierens. Sowohl das Langhinschlagen als auch der unkontrollierte Griff über die Monogamie-Grenze. Gefahrlos kann man sich diesem Vergnügen nur hingeben, wenn man mit dem Garderobenständer tanzt. Der ist nicht besoffen und für die meisten auch nicht sexuell attraktiv. Aber auch da Obacht, wer zu lange damit auf der Tanzfläche rumhoppelt, blamiert sich umso mehr. Was kann jetzt noch kommen? Ihr seid satt wie tausend Russen, breit wie die Autobahn am Bremer Kreuz und habt euch trotzdem halbwegs gerade gehalten, auch was die Blamagen anbetrifft. Die Wampe ist noch ganz und der Druckausgleich zwischen Dickdarm und Außenwelt findet regelmäßig statt. Kurz, ihr seid rundum zufrieden und könntet jetzt die ganze Nacht weiter grölen, noch mehr Würste ins Gedärm kloppen und womöglich sogar an anderen Warmblütern rumkrabbeln. Nix da. Jetzt geht's nach Hause und zwar Heidewitzka. Wenn dein Körper nämlich erst wieder Oberhand gewinnt, kommt er nur auf neuen Blödsinn, den du später ausbaden musst. Wie aber verlässt man eine Party, bei der die Stimmung just am Kochen ist? Selbst wenn man den eigenen Körper rumgekriegt hat, sind ja immer noch die vielen anderen, die einen davon abhalten wollen. Erste Regel, immer schön allein zum Pissen schleichen. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, Stick um die Biege zu machen. Zweite Regel, auch wenn du bis jetzt kein Raucher warst, gewöhn dir das Quarzen an, dann kannst du immer zwischendurch mal nach draußen und den Fluchtweg sondieren. Was aber ist, wenn du mit mehreren Freunden da bist und ihr euch für den Nachhauseweg zusammen ein Taxi teilen wolltet? Schiedwart. Wenn es an den Rückzug geht, gibt es keine Verbündeten mehr. Jeder sieht jetzt selber zu, seine angefressene Karkasse halbwegs heil in die Haier zu wuchten. Nun gibt es aber sogar welche, die haben versprochen, nüchtern zu bleiben und die anderen nach Hause zu fahren. Solltest du so jemand sein, da musst du jetzt nicht weiter zuhören. Diese Worte richten sich nämlich nicht an total Bescheuerte. Nicht mal als Höchststrafe für Mörder, die ihre eigene Oma aufgelutscht haben, würde ich sowas fordern. Nämlich nüchtern bleiben beim Grünkohl-Gelage und vier Besovskis in die Zelle nach Mama zurückbringen. Nee, auf gar keinen Fall sollte man sich sowas antun. Auch und gerade nicht, wenn dein Auto Veloursitze hat. Das eine sage ich dir, am Ende stirbt jeder ganz für sich allein. Das ist auf einer Grünkohl-Sauferei nicht viel anders als im Leben selbst. Und wer bis jetzt zugehört hat, der sagt sich womöglich, scheiß die Wandern, da bleibe ich lieber weg. Mein Körper ist nicht hart genug, um sowas zu überleben und ich selbst auch nicht. So mein Freund, nun mach mal halblang. Heute werde ich dir die Angst nehmen. Es ist alles gar nicht so schlimm. Auch das stimmt. Der Grünkohl ist in der letzten Brigitte-Diät wieder mal nicht ausdrücklich erwähnt worden. Kann sein, dass es sich dabei nicht wirklich um einen Schlankmacher handelt. Ja, und du hast sowieso von Weihnachten noch die ganze Hüfte voll mit Printen und Gänsekeulen. Auch da kann ich dich trösten, wenn du bei einer Grünkohl-Orgie richtig reinhaust, also in alle dort verfügbaren Medien, dann frisst du danach drei Tage gar nichts mehr. Ja, damit kommst du auf bessere Durchschnittswerte als alle, die täglich am Grashalm mümmeln. So gesehen ist eine Grünkohl-Mahlzeit letztendlich der reinste Jungenbrunnen. Innen bei dir wird mal richtig sauber gemacht. Alles muss raus. Du lernst nette Leute kennen, denn im Elend sind alle Menschen gleich. Eigentlich ist so ein Grünkohl-Essen wie eine Naturkatastrophe, bloß ohne Katastrophe. Menschen liegen sich weinend in den Armen, wenn alles überstanden ist und jeder zweite schwört, danach ein anderes Leben anzufangen. Du hast auch den Stolz auf deine heimischen Bräuche zurückerlangt. Bisher dachtest du, der Grieche wäre in Sachen Fleischportionen. Der Hammer unter den Köchen ist einfach nicht wahr. Die Platte mit Pinkel, Brägenwurst, Kohlwurst, Kassler, Rauchenten schlägt jeden so flacki Schnitzer in die Flucht. Und der Grünkohl selber? Nie ist eine Pflanze so um ihre Identität betrogen worden wie bei dem Gericht. Und das ist gut so. Wenn wir in Niedersachsen genug Grünkohl haben, kann uns Putin sogar ein Gashahn zudrehen. Ist egal, dann fressen wir eben so lange, bis wir ins Schwitzen kommen. Und mit einem Korn hinterher läuft das System wieder rund. Munter bleiben!